Was ist denn das für ein Design, Nico? Ein Cube? Ich kann die Farben gar nicht gerade sagen. Ist das so dieses Rennsport-Team von Cube? Ja, richtig. Wir haben ein komplett neues Bike hier stehen mit einem komplett neuen Namen. Das Rad, was wir hier stehen haben, nennt sich Phoenix. In dem Fall das SLX-Modell. Es gibt zwei Stück, SLX und SLT. Ja, beide hochpreisig orientiert. Das heißt also, das Rad, was wir jetzt hier stehen haben, liegt bei, ich glaube, 5.399 Euro. Und die Besonderheit ist einfach, wir kennen ja aus dem Cube-Segment das Elite. Das Elite wird wegfallen für das kommende Jahr, sprich für 2025. Und durch das Phoenix ersetzt. Das Phoenix hat jetzt einen komplett neuen Rahmen. Natürlich auch top neue Komponenten. Wir haben jetzt hier eine komplett neue Forbo-Lenker-Einheit aus einem Stück, aus Carbon. Wir haben eine SIT Ultimate SL-Gabel mit verbaut. Wir haben die neue AXS-Schaltgruppe schon mit enthalten. Also klar, bei 5.399 Euro für ein Hardtail kann man das, glaube ich, auch erwarten. Wie nennt man dann diese spezielle Klasse? Ist das ein Mountainbike? Ja, es ist ein Hardtail für den Cross-Country-Bereich. Das heißt also, die Gene sind absolut sportlich orientiert. Manche Rennteams fahren ja oder nutzen ja schon relativ viel vollgefederte Modelle im Renneinsatz. Gerade jetzt am Wochenende hat er unter anderem auch gehabt eine unheimlich harte Strecke, wo Nino Schurter, glaube ich, gewonnen hatte. Und in dem Fall ist ein Hardtail natürlich nicht das passende Rad. Dennoch gibt's schnelle Strecken, die nicht ganz so, sage ich mal, vom Gelände anspruchsvoll sind. Und dann geht der manch eine oder andere Fahrer oder Fahrerin dann schon eher wieder auf das Hardtail dann halt auch. Einsatz ist sehr sportlich. Was wiegt das denn? Wir haben ein Gewicht von 8,9 Kilo, was natürlich schon sensationell ist. Also weit weg von der E-Bike-Welt sozusagen. Rahmengewicht unter 900 Gramm. Aufs Gramm genau kann ich das leider nicht sagen. Ist so nicht angegeben. Wir konnten es auch nicht auseinanderbauen bisher. Wir haben es jetzt gerade erst frisch reingekommen. Heute ist ja der 18. Juni und ich glaube, vor letzter Woche Freitag ist es gekommen. Heute haben wir Dienstag. Das heißt, ich muss hier treten. Es gibt keinen Motor. Korrekt. Es ist aber so leicht, dass du es super tragen kannst über irgendwelche Hindernisse, Bäume, keine Ahnung was. Und die bewegten Massen. Das ist ja dieses, was du mir immer mal erzählt hast. Ich nehme an, der Laufradsatz. Alles ist extrem leicht. Ist der auch aus Carbon, der Laufradsatz? Genau. Also hier zählt wirklich jedes Gramm irgendwo. Und mit dem Gesamtgewicht von 8,9 Kilo haben wir natürlich die ein oder andere Komponente, wie dementsprechend dann halt auch ein Carbon-Laufradsatz. Also hier ist wirklich die bewegte Masse ganz entscheidend. Wir sehen es natürlich auch in der Bereifung mit einem Racing Ralf, der hier extrem, wie soll ich denn sagen, ja minimalste Stollen hat, dennoch aber genügend Grip im Gelände. Und weitere Details, muss man ja wirklich jetzt mal so sehen, sind natürlich halt auch die integrierte Klemmung der Sattelstütze. Das heißt, wir haben hier keine klassische Glemme. Das hier ist im Prinzip nur die Abdeckung, damit kein Schmutz reinkommt oder Feuchtigkeit. Und hier drüber wird dann im Prinzip die Sattelstütze fixiert. Also auch eine komplett eigenständige Entwicklung aus dem Cube House. Und des Weiteren, was sich halt weitestgehend auch geändert hat, ist die Rahmenform. Wir haben ein etwas höheres Oberrohr. Wir sehen den Bogenverlauf dann in die Sitzstreben verlaufend. Das Rad soll in sich deutlich mehr Komfort haben, das heißt also Fahrkomfort, dennoch aber sehr, sehr steif sein. Ja, ich bin ziemlich hin und weg. Wichtig ist, glaube ich, die Erfahrung, das mal zu fahren. Also und auch mal zu erleben, was ein Rad mit elf, zwölf Kilo bedeutet oder mit acht Kilo. Weil viele sagen, naja, ich specke ein bisschen ab vier Kilo, dann habe ich 4000 Euro gespart. Ne, ist nicht so. Ne, was heißt leider? Es ist nicht so. Also 400 Gramm im Laufradsatz würden deutlich mehr bringen wie 400 Gramm am eigenen Speck. Das ist einfach so. Also man hat sich hier wirklich viele Gedanken zugemacht. Wie gesagt, die Räder belaufen sich nur in dem Preissegment ab 5400 Euro. Das SLX ist jetzt eins der ersten Modelle. Ich habe eben schon gesagt, SLT nach oben raus gibt es auch noch. Komplett neu ist halt wirklich auch die Einheit hier. Das heißt, wir kennen das ja schon von Syncross, gerade bei den Scott Bikes. Aber jetzt auch aus dem eigenen Haus bei Cube auch wirklich eine Eigenentwicklung, die wirklich sehr formschön ist. Kombiniert dann mit der Magura Bremsanlage zwei Kolben. Also zwei Kolben reicht hier halt auch. Da müssen wir nicht auf vier Kolben gehen. Gerade Gewicht spielt ja dann auch wieder eine Rolle. Und eine RockShox SID ist ja natürlich schon legendär. Muss man ja ganz klar sagen. Warum? Ja, die SID gibt es ja schon sehr sehr lange. Sie steht immer schon für Leichtigkeit. Da gibt es ja schon einige Generationen, die sie da durchlaufen ist und ist für so manchen Racer immer noch das Nonplusultra in jedem Fall. Fox, klar, steht dem gegenüber. Aber eine SID-Gabel, ob das jetzt in einem Hardtail ist oder auch in einem vollgefederten Bike, ist schon gerne gesehen. So, und eine Luftfeder? Ja, klar. Das heißt, die kann ich einstellen. Muss leicht bleiben. Kannst du mal einen Gefallen machen? Also nur mal, dass man mal so ein Feeling hat, wenn es mal mit dem Fingertest acht Kilo, kann man wirklich... Also das macht auch nochmal Spaß aus dem Kadon rauszuholen. Ist geil, oder? Ja. So etwas anderes wie E-Bikes, die wir die ganze Zeit machen. Aber es geht mir halt auch wirklich darum, manche Händlerkollegen machen ja nur noch das Thema E-Bike, weil es halt natürlich ein bisschen profitabler nochmal ist. Aber wir wollen weiterhin da anknüpfen. Das ist die Basis. Das ist da, wo wir herkommen, im unmotorisierten Bereich. Und wir bieten das weiterhin halt auch an, weil, sind wir ganz ehrlich, für 5.400 Euro kriegst du auch schon ziemlich geiles, vollgefedertes E-Bike. Du hast natürlich den Vorteil, andere Cube-Stores, die haben im Regelfall alles da. Also das heißt, du kannst ein bisschen wählen. Was macht Sinn jetzt für dich aus dem ganzen Sortiment? Du machst Cube schon sehr lange. Wie lang denn? Wir machen es jetzt, glaube ich, schon über zehn Jahre. Der Vorteil für uns ist einfach im Vergleich zum Cube-Store, dass wir immer mal eine Alternative haben. Das heißt, der Kunde kann jetzt nicht nur das neue Phoenix fahren, er kann einen Scott Scale bei uns im Vergleich mal fahren oder auch gerne was anderes. Und das, finde ich, bietet immer noch den Vorteil. Klar, wenn ich bewusst nur dieses eine Produkt, die eine Marke haben möchte, dann ist das ein Thema. Aber wenn ich vergleichen möchte, dann würde ich behaupten, ist er bei uns da immer noch besser aufgehoben. Ja, wir kommen zum Thema Gewährleistung. Hier ein nettes Detail übrigens, hier diese Folie, die nicht nur hier ist, hier drüber. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen sehen. Da ist komplett eine Folie gezogen, sondern auch hier. Was ist denn mit dem Thema Ersatzteilversorgung? Also Cube hat ja sehr viele eigene Produkte. Ich habe eben gesehen, hier in der Mitte, Neumann. Ich glaube, das kommt direkt von Cube, oder? Neumann wird durch Cube vertrieben. Dennoch ist Neumann eigenständig, was Serviceleistungen angeht. Das heißt, wenn wir Reklamationen haben, wenden wir uns direkt an Neumann. Aber auch hier muss man sagen, Neumann erfährt eine sehr positive Rückmeldung am Endkunden auf das Produkt. Also sie entwickeln wirklich tolle Produkte. Wir sind froh, dass diese Produkte hier auch mit verbaut sind. Vorher war es ja auch so, dass die Vorbau-Lenker-Einheit von Neumann gekommen ist. Das ist jetzt durch die Eigenentwicklung im Hause Cube mit der Kombination Vorbau-Lenker-Einheit ein bisschen anders geworden. Aber ich denke mal, da werden wir mal abwarten, was die Zukunft im Endeffekt dazu bringt. Deine Details, die du unten gezeigt hast, sieht man auch hier oben, weil wir haben im Oberrohrbereich auch eine Folierung. Ja, die ist hier. Und die dient nämlich dazu, wenn genau das hier passiert. Mega, die haben an alles gedacht. Ja, das Thema elektronische Schaltung. Als die ersten kamen, da haben die Leute noch ein bisschen mit der Nase gerümpft, haben gesagt, naja, ob das gut geht. Es geht gut. Ja, definitiv. Also elektronische Schaltung ist, gerade was das Thema SRAM angeht, prädestiniert dafür. Gerade die neuen Schaltgruppen um die AXS herum. Es gibt keine Schaltungen mehr. Man sieht das ja hier auch im Endeffekt. Die neue Aufnahme, das Schaltwerk geht wie ein U in den Rahmen rein. Also es ist eine Einheit so gesehen. Es ist deutlich steifer. Wir hatten letztes Jahr auf der Messe das Thema, dass SRAM-Leute sich hier draufgestellt haben. Es ging nichts kaputt. Also du kannst da wirklich draufschlagen, geschweige denn auch beim Sturz. Auch da hat sich nochmal im Renneinsatz gezeigt, ich glaube, wie Nino Schurter das erste Mal genutzt hatte. Ist er auf die Schaltung gefallen, ist weitergefahren, es war nichts verbogen. Das war natürlich rein Marketingtechnisch wieder mega. So, zeig mal. Das ist also hier ein kleiner Servo drin, was auch immer. Es funkt per Funk. Kein Kabel, nichts. Wir haben eigentlich nur die Bremsleitungen so gesehen und wir haben natürlich jetzt noch eine dritte Leitung in der Verbindung mit dem Lockout. Da kann man natürlich auch aus dem RockShox Hause auf das Flight Attend System gehen. Dann haben wir noch die elektronische Gabel oder Dämpfer dann halt auch. Also man sieht auch für das Jahr 25, was ich jetzt schon so weiß, dass das Thema Elektronik oder Automatik, so will ich es mal ausdrücken, Automatik im Sinne der Schaltungen deutlich mehr Raum einnimmt. Ist für dich natürlich genial und auch für die Kunden. Das bedeutet, hier ist ja nur eine Bremsflüssigkeit drin, kein Baudenzug, der so schnell dann kaputt gehen könnte. Alles, was irgendwie schwer ausgetauscht werden muss, gibt es nicht mehr. Die Frage ist, absenkbare Sattelstütze in dem Bereich gibt es gibt sie nicht oder verwendet man das nicht? Naja, wir haben das Thema, dass wir jetzt hier eine 27-2er Sattelstütze drin haben. Es gibt innen verlegte Sattelstützen, wo das möglich ist. Also auch bei dem Rahmen ist es möglich, eine innen verlegte Sattelstütze reinzumachen. Es kommt darauf an. Es hat sich in dem Cross Country-Einsatz noch nicht so wirklich durchgesetzt, muss man sagen. Steigen die denn ab? Viele, viele wollen lieber das leichtere Produkt, weil das ist halt schon deutlich schwerer wie jetzt so eine Carbon-Sattelstütze. Okay, aber das sind ja die Profis, die das fahren, die wissen das. Ist da Cube ein Name? Weil da gibt es ja viele Spezialisten, die gehypt werden. Cube ja als relativ günstiger, fast preiswerter Anbieter vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Können Sie sich da durchsetzen? Weil die haben ja eigene Teams, haben Profis, die fahren die Räder. Also Cube hat einige Teams in vielen Disziplinen, ob Cross Country, ob im Triathlon. Ich meine, sie bieten ja auch die komplette Bandbreite ab. Da gibt es einige junge dynamische Sportler, vielleicht auch schon ein paar ältere, die da gut unterwegs sind und gerade medial gesprochen ist es für Cube auch immer schon wichtig gewesen, Rennteams mit zu unterstützen. Das eigene Action-Team natürlich halt auch in der sportiven Mountainbike-Szene, das war immer schon wichtig. Und die Teamline-Geschichte stammt ja quasi auch daraus. Du kriegst das passende Trikot, du kriegst die Handschuhe, du kannst dich also komplett mit deinem Bike in eine Einheit verwandeln. Darf ich es mal von unten sehen? Das mal ganz kurz, du das mal hochhebst. Bei dem darfst du alles, weil es ist so leicht, dann mache ich das gern. Da geht's. Ja, auch hier sieht man sehr schön, da ist ein kompletter Schlagschutz drauf, so eine Spezialfolie, sehr dick, die auch so die ganzen Schläge dann abfängt. Genau, es geht hier einfach um die Steinschläge an sich, die da ein bisschen, oder dass man auch keine direkten Lackschläden hat, weil man weiß ja schon, dass am Unterrohr fliegt der ein oder andere Stein halt schon mal dran. Super. Ja, wir sind zusammen mit Nico Ockenfels, wir sind in Riegelsberg, die Baustelle geht weiter. Ich gucke mal auf deinen Kanal, du hast ein Instagram oder auch einen YouTube-Kanal, da wird viel gezeigt von der Baustelle. Wir können ja mal kurz hier rüber gucken. Du wachst auf das Fahrrad, aber hier am Land wird ja nichts geklaut. Ach, guck mal hier, der Keller steht schon, oder? Ja, der Keller steht schon die ganze Zeit, jetzt haben wir aber die Streifenfundamente sind fertig und was haben wir heute Dienstag? Am Donnerstag kommt die Stahlkonstruktion. Die Stahlkonstruktion. Das heißt, hier wird angebaut, hier gibt es einen Durchbruch zum Laden? Ja, also alles, was du hier am Wellblech siehst, wird offen. Wird komplett aufgemacht. Also das wird, und das da hinten wird, wird auch Laden dann? Ja, bis zur Kante, also der Verlauf bis zur Kante wird komplett ladenlokal. Das, was du jetzt an der Fläche dort siehst, vom Keller her gesprochen, wird Werkstatt. Sehr schön. Also geht auf den Kanal von Nico. Das Ganze heißt Recycle. Oh, das Hemd ist ja mal ein bisschen ausgewaschen, aber ich zeig's mal. Trotzdem neigst du dir dazu, Kosten zu sparen und nicht... Muss ich alles in den Bau reinstecken. Alles in den Bau reinstecken. Dreh ich mal um? Ist da was? Ja, da ist was. Also recycle.de. Du hast zwei Präsenzläden. Einer, der bald größer sein wird, als der in St. Wendel. Korrekt. Ja, und einen in St. Wendel. Aber was viel wichtiger ist, du hast einen wirklich gut geführten Onlineshop, bei dem man alle Verfügbarkeiten sehen kann. So kann ich mir auch ein Bild machen. Wenn ich jetzt von weiter weg komme, will ich hier Ladenabholungen machen. Kann ich es im Onlineshop kaufen und dann ankreuzen, ich hole es im Laden ab? Genau. Also wenn solche individuellen Faktoren sind, ich komme aus Frankfurt oder ähnliches. Wir haben heute auch wieder so einen Fall. Er kommt von weiter weg, er hat gern ein spezifisches Rad. Die Chancen, dass es bis Montag noch da ist, stehen halt 50-50. Also blocken wir das Rad für den Kunden. Er kann es am Montag ausprobieren. Wenn alles passt und super ist, dann hat er das Geld dabei und nimmt es gleich mit. Super. Was ist mit dem Thema Leasing? Immer mehr Leute leasen. Kann ich das von der Ferne auch? Ja, klar. Kein Problem. Wir können das über den Onlineshop abbilden. Das heißt, in der Kaufabwicklung einfach den passenden Leasingpartner abwickeln. Momentan gibt es, ich glaube, vier oder fünf. Nicht alle Leasingpartner erlauben diese Distanzgeschäfte. Aber die meisten großen Player wie Jobrad, Deutsche Dienstrad, Businessbike, die sind alle mit dabei. Und wenn der Kunde das Rad so bestellt, erstellen wir das passende Angebot in das jeweilige Portal und warten, bis die Freigabe da ist. Und dann geht das Rad an den Kunden aus. Das ist ja schon. Cube, Phoenix. Hier die Rahmengröße. Du bist ja knapp 1,85 Meter. Das hier, ich muss gerade überlegen, das ist Rahmengröße M. Also das Rad wirkt relativ groß. Ich bin jetzt selber 1,84 groß. Man kann das gerne mal zeigen, weil ich habe das L in St. Wendel unter anderem schon gesehen. In meinem Verhältnis würde der Sattel jetzt noch deutlich weiter rauskommen. Also ich wäre eher der L-Kandidat. Nur, dass man halt auch mal sieht, wie... Dann kommt der Lenk aber noch ein bisschen höher. Die Proportionen, ja. Wir haben etwas erhöhte Steuerrohr, längeres Oberrohr. Also ich bin immer der L-Kandidat in dem Falle. Aber nur, dass man sich mal eine Vorstellung macht, 1,84 groß, 91 Zentimeter Schrittlänge, wie das bei so einem Bike aussehen wird. Nico Ockenfels, recycle.de. Das ganze in Riegelsberg im Saarland und in St. Wendel. Heute ist der 18. Juni 2024. Tschüss Nico. Ciao.